Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein. Wir haben ein weiteres Dokument gefunden und sind immer noch auf dem Zeppelin und schauen mal, dass wir die Superwaffe zerlegt kriegen. Hm. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Aber wir schauen erst mal, ob wir hier noch irgendwas Schönes haben. Handdokumenten. Sieht aber mal nicht so aus. Dann, äh, geht's weiter. Hopp, 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 hopp. So, Spiel wird gespeichert, das ist gut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Gegner auf uns warten. Haben wir denn hier schon irgendjemand zum Ausschalten? Und noch sehe ich hier niemanden. Aber müssen wir auf der anderen Seite das Ganze noch machen. Oder auf der anderen Seite auch noch umklappen. Das kann ja was werden. Ah ja, hier geht's gut. Da hat schon jemand was vorbereitet. Das ist nett. Dann nehmen wir hier nochmal alles um. Also Gegner sind hier noch keine, wie mir scheint. Da hinten. So, möchtest du vielleicht mal sterben? Dankeschön. So, der wäre mal weg. Okay. War ich wirklich so nah an der Granate dran? Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Dann auf ein neues. Vielleicht kann sie ja jetzt schon mal ausschalten. Okay. Wäre auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Da ist er. So. Gut. Eine Sorge weniger. Bitte. So. Das dürften die gewesen sein. Ah, da ist noch jemand gewesen. Ja, bitte. Ups. So. Also, es macht tatsächlich halt Sinn, die Typen zuerst auszuschalten. Ähm. Oh, ich sehe gerade, wir haben nicht mehr allzu viel Muni. Für die Waffe. Dann wechseln wir doch mal fix. Das geht ja auch noch ganz gut. Oh, da haben wir noch ein Dokument, die ich jetzt ganz übersehen. Na dann. Ja, sicher ist sicher. Das könnte ja gar nicht mal so gut ausgehen. Gut, hier geht's weiter. Mhm. Und hier wird wahrscheinlich eine ganze Menge Stress warten. Ja. Danke dir dann mal weg. Vielen Dank für die Waffen. Und wir müssen uns jetzt wieder reaktivieren, oder was? Hallo. Wie geht's euch? Okay, wir haben da ganz viele Gegner hier. Und Dokumente. Und, ja, wie gesagt, Gegner. Was ist denn da jetzt los? Ah ja, er schon wieder. Puh. Kollege, du bist ein bisschen aufdringlich. Wo kommen die ja noch alle her? So, ich lese jetzt erst mal was. Hab da jetzt davon. Ah, gut zu wissen. So, das wäre das. Da kommt noch eine Granate. Der kann da weg. So, das ist jetzt gelohnt mit der Granate. Wahrscheinlich müssen wir jetzt überall... Nee. Hier... Also hier das Ding haben wir umgelegt. Dann gehen wir einfach mal weiter. Irgendwas wir sonst noch tun können hier. Können wir da was umlegen? Jawohl. Dann wäre das wieder reaktiviert. Und wir können durch das Portal treten. Schön, aber ich will erst mal gucken, was hier noch ist. Da sind ja auch noch Dokumente, oder? Interessanterweise nicht. So, ihr und eure Granaten. Die sind alle viel zu gut geschmissen. Hüpf. 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 Er kann da mal weg. Du kannst da auch mal weg. Ja, ja. Ist ja gut. Und doch mehr... Schaden kriegt, als ich eigentlich dachte. Da kommt noch mal auf den Weg zum Portal. Abflug. Ich habe ihn mit dem Zeppelin. Und ich habe ihn mit dem Zeppelin. Und ich habe ihn mit Dr. Alexandrov gesprochen. Und zu Deathshead. Alexandrov war der Mole all along. Aber er muss sich mit Anton Krieg mit Anton Krieg, weil Krieg claimed zu haben, dass die Nazis auch gegeben hat. Deathshead hat Alexandrov executed. Ich kann sagen, ich will miss ihn. Aber jetzt muss ich Deathshead und Hans' Gross durch den Thule-Portal und in den schwarzen Sonnen. Da muss ich sie stoppen, bevor sie diese Super-Wettbewerke und die Eisenstadt zuerstören können. Hm. Dann hoffen wir doch mal auf das Beste. Okay, ja. Wie gesagt, Daten, Geld gibt es jetzt natürlich nichts mehr. Aber gut. Oha. Jetzt haben sie überall schon Dings aufgehängt. Und so was. Ist ja schon ordentlich gearbeitet. Dann schnappen wir uns mal das ganze Zeug hier. Ordentlich aufmunitionieren. Noch ein Portal. Okay. 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 I have the technology to control it, and our first demonstration will be on the city of Eisenstadt. After that, I will destroy all that stands in my way. The world will fall on its knees before the Third Reich. A shame you won't get to see the Straastika flying proudly over Washington, D.C. Hans, kill him! And this time, do not fail me. Jawohl. Ha, 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 ha. Happy to see you, Blazkowicz. Guten Tag, Blazkowicz. My Medallion is just as powerful as yours. So now we are equal. Na dann, ähm, lass mich doch mal schauen, was wir hier machen können. Don't die on me yet! Habe ich erstmal noch nicht vor. Kann ich mir hier Dings ziehen? Energie oder so? Ja, kann ich sogar. Nett. Ähm, nochmal kurz. Deckung? Oh, nicht die Sachen kaputt machen. Ja, irgendwie ja schon. Weißt du was? Wir haben ja hier noch sowas zum Beispiel. Okay, das Ding scheint wirklich nicht so viel zu bringen. Ich glaube, da muss man wirklich hier mit den Dings durch. Äh, mit den... Oh, das könnte man noch versuchen. Don't die on me yet! Ach, gut. Okay, ich muss mal gucken, wie wir hier was zu erledigen haben. Und was wir machen können. Um ihm ein wenig zu schaden. Aber das war dann... Das hat er ja mit Becker schon geschrieben. Als äh, kleine Hommage an Wolfenstein 3D. So wie ich es mitgekriegt habe, krämpft man da nämlich, äh, gegen Hitler in irgendeiner... Ähm, in einer Mech-Rüstung. Jaja. Okay, die Dinger sind leider ein bisschen schneller als ich. So, dankeschön. So, kann ich denn jetzt noch gleich... Ah, ja gut. Du machst die also selbstständig kaputt. Ich brauch Deckung. Bitte nicht! So, dankeschön. So, dankeschön. ... Oh, man! Oh, Gott! Ich hab Glück, Blaskowicz. Aber die Black Sun Machine will save me! Ah! Du denkst, das wird mich stoppen? Mit der Black Sun Machine können ich nicht vergöst werden! Deswegen hoffe ich ja, dass die kaputt gehen. Ja, wo ist er denn, der... Ah, jetzt. So, können wir jetzt unser Dings noch nützen, oder nicht? So, dann kriegst du jetzt auch mal ein bisschen was ab. Nein, nicht wirklich. Kann ich hier eigentlich rüberrennen? Ah, guck mal. Oh, ich bin wieder im ungünstigsten Dings leer. Mensch, danke mal dafür. Was machst du denn jetzt? Ab in die Lüfte. Mach doch hier nicht alles kaputt, Kollege. Da ist er. Hm. Das hat nicht so ganz funktioniert. Komme ich da irgendwie hin? Nee, ich glaube ja nicht. Aua. Er hat's wirklich, aber noch stehe ich. You'll never hit me. Wo ist er? Der scheint da hinten irgendwo zu sein. Okay, ähm, ja. Bossfight eben. Ähm, bisschen anrufsvoller als die, die wir sonst hatten. Ich kann nicht weg, forever, Blazkowicz. Kollege, wo bist du denn überhaupt? Sag mal, ich sehe hier nichts. Da ist er. Nee, sieht echt nicht gut aus. Vor allem, weil die Waffe gerade keinen Schaden macht, wie es scheint. Gut. Ähm, ich brauche noch eine richtige Waffe. Also eine, die hier funktioniert. So, nachgeladen. Ich brauche mich, wie viel das jetzt hier gebracht hat. Vielleicht die Dinger kaputt machen, oder? Kann das sein, dass wir ihn irgendwie dahin locken müssen? Ich glaube, du machst sie von dir, äh, von dir aus schon kaputt. Na? Wo ist er? Müssen wir jetzt die Kräfte einzeln entziehen? Hier wären noch Dinger, die eventuell kaputt gehen könnten. So, danke dafür. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen eben wirklich jetzt die Sachen einzeln entziehen. Und ich schätze mal, das dauert noch eine Weile. Wo ist er? Aha, hier wohl. Ich muss auch tatsächlich mal, also scheinen wohl auch nicht alle Waffen hier Schaden zu machen. Von daher, ich würde mal sagen, wir machen einen Folgenstopp. Und wir probieren in der nächsten Folge weiter. Ja, ob wir es hinkriegen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. 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 Ciao.